hallo wir sind jetzt im saien national park auf dem west stream trail und genießen die aussicht der weg an sich ist sag ich mal insofern nicht so schön weil er durchgängig asphaltiert ist macht aber auch sinn weil dieser sandstein unheimlich glatt sein kann und wenn es dann hier staubig ist dann rutscht man wahrscheinlich sehr schnell weg schützt auch vor erosion klar aber unheimlich viele leute hier trotzdem sein national park unser favorit von allen national parks wie wir bisher in usa gesehen haben und das sind schon einige einfach weil ja diese felsformationen sind uns am liebsten ja ja fahrt mal her es geht abonnen Da sieht man, wie da wahrscheinlich irgendwann mal demnächst was abbrechen wird von dem Felsen. Ich finde ja auch hier das cool, wie diese Wurzel den Stein umwächst. Also hier sieht man sehr schön dieses Wasser. Der Virgin River fließt durch dieses Gebiet und hat diese bizarren Felsformationen geschaffen. Das absolute Highlight dieses Parks sind die Narrows. Das sind Schluchten, wo man durch den Virgin River durchwarten und manchmal auch schwimmen kann. Es ist für uns die spektakulärste Wanderung gewesen, die wir jemals gemacht haben. Musik 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 Musik